So, wo kann man hier mal so ein bisschen Erde abkrabbeln, ne? Wo stört das niemanden, wo fällt das nicht auf? Ähm, ich würde ja fast behaupten, wir könnten uns ein bisschen was, also als ob es zu schwer ist zu entscheiden, ne? Einfach hier irgendwo so ein bisschen Erde abzubauen. Oh, was hat man da? Hab ich ja nicht schon alles angeguckt gehabt? Ich weiß gar nicht, wir sind schon so lange her. Ich könnte natürlich auch alles unter Wasser setzen, ne? So, hm. Ach, ein rotes Blümchen. Echt mal ein rotes Blümchen, das ist überragend. Mit hier. So. Dafür besetze ich gerne einen Slot. Hm, hm, hm. Äh, wollte ich jetzt hier was abkrabbeln? Ich würde sagen, wir krabbeln jetzt mal hier was ab. So. Hm, 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 hm. Ich könnte auch zurückgehen und schnell was holen, aber ich glaube, wenn ich hier was abbaue, dann ist es immer schneller, als wenn ich jetzt was anfange, zurückzulaufen. So. Ja, ein bisschen was. Dann rupten wir hier auch noch so ein bisschen was raus. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich wollte hier mal was ausprobieren. Das geht jetzt glaube ich auch, ne? Stimmt, das könnte uns schon Grasweg machen, ne? Bleibt der jetzt eigentlich auch so? Muss ich wahrscheinlich das so machen, ne? Ne? Ja, dann ist er es weg, ne? So, ähm, das Ding könnte man nicht mehr zumachen, oder? keiner da so dass man so ja so wo wollte ich das jetzt tun wo war das jetzt wo war mal so ein bisschen herunter weil wir uns das vorhaben so natürlich aussehen zu lassen wie es geht das wusste sowieso ein mein kopf eigentlich gar nicht sehe ich wirklich so natürlich aus ich merke dass er schon wenn man die angst empfangen hat die welt irgendwie ein bisschen mehr zu ich wollte schon verunstalten aber das macht man ja nicht auch nicht so positiv zu verändern sage ich jetzt mal das wird ja gar nicht jenen die kann ich gleich weg mal ne oder, hier lieber die natürlich und die lassen wir weg ja doch, ich denke mir mal sieht das doch etwas besser aus und wir können das auf jeden fall auch so lassen so, genau, schön, 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 so alle beide, toll, so sind die überhaupt gar nicht, ich habe gedacht die werden viel viel höher weiß nicht, ich habe gedacht, ich habe total einen coolen Masterplan, ich gehe einfach oben auf den Berg und dann, ach, jau da komme ich ja wahrscheinlich sogar schon so fast dran, oder, wenn ich jetzt hier so hoch höre, könnte vielleicht, ne, probieren wir mal ne, der super Gedanke war ja mehr oder weniger eigentlich bloß der, dass es dann halt einfach mal ähm ich gehe das denn nicht, so wird das schon mal nichts, warte äh, jetzt komme ich gar nicht mehr hier hoch, ne ähm aber hier, ne ja hm pass mal auf, ich muss noch ein bisschen Platz machen ich will eigentlich nur hier hoch, ne, du musst mich nur so ein bisschen hier drauf lassen, ne, das ist alles das am besten noch, bevor es dunkel wird dass ich, äh hm hm so, jetzt so kriege ich das denn, ne, oder? so klappt das, pass mal auf, jetzt gleich bin ich oben ah oh, schon einsetzlich in der Hand das gibt es aber nicht, ja so äh, äh das kann ich eigentlich hier schon, ne so so so, machen wir es halt so, ne aber ich hoffe dann mal, dass das dann halt hier mit dem, äh auch gleich reicht oder mal vielleicht doch zuerst den da weg war hier könnte ich dann wieder lockerflockig hochkommen, ne deswegen einmal großen Satz, jawohl machen wir zuerst mal den hier wegkommen oder will ich hier irgendwas verändern? irgendwie in der Erde hinten machen? ne, ne das lassen wir mal das, ne so stop so, und jetzt von mir, ja oh nicht so schnell ja so episch, ja episch, den Baum fällen, ne jetzt hier so dum 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 ich hoffe dann mal, dass es dann auch reicht hm, 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 hm hm, 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 hm schaffen wir nicht. Dann müssen wir kämpfen. Ist eigentlich auch egal. Können wir eigentlich auch, oder? Oder nicht. Uah! So, schimmerlich. Hey! Was ist das denn jetzt hier? Hoch! So. Komm schon, das ist jetzt ein Witz, oder? Hey! So, also, das schaffen wir. Ja, hey! Ich fass das nicht. Ähm, pass mal, Fumos weg, ne? Jetzt baue ich es mir wahrscheinlich hier so. So. Ich bin einfach nur hier hoch. Jetzt verhedder ich mich hier wahrscheinlich in irgendwelche... Jetzt baue ich wahrscheinlich meinen super Aufstieg auch gleich kaputt mit, ne? So, so. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Yeah! Ich hab's geschafft, super. Das war vielleicht mal oben. Jetzt ist es eh zu spät. Jo, jo. Au. Ist doch ein Scherz, oder? Das ist doch... Fast ist es nicht. Kann's ja auch ein bisschen übertreiben, oder? Also, so viele müssen es ja nun auch nicht sein. Ich glaube, die wissen, dass ich da was tolles gebaut habe. Die warten nur da drauf. Oh, ey, der hier ist es ehm... Quasi ihren natürlichen... ...drang nachzugehen. Ne. So, stop, stop. Komm schon, jetzt hier. Um, um, um. Hier fällt mir auch nichts drauf. Nein, nein, nein. Aber täusche ich mich da, oder? Das war doch vorher auch nicht alles der Schneebium, oder? Das war doch... Wo ich das erste Mal hier war, war das doch noch gar nicht, oder? Das breit sich ja wie außen, oder? So. Wo die Heißzeit kommt, die saßt ihr. So, hm, hm. Hopp. Dum, dum. Können wir gleich auch mal ein bisschen kämpfen gehen, ne? Kämpfen, kämpfen. Die ganze Nacht. So, dann gehen wir ein bisschen hier... ...monster verdreschen. So, wir müssen das Bobdachlos niederschlagen hier. So, da, 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 da. So. Erstmal mal best in der Wüste, ne? Bevor die wieder irgendwas kaputt springen hier. Hm, hm, hm. So ein paar natürliche Krater hier reinhauen, oder so, ne? So. Aber erstmal würde ich sagen... ...wir... ...essen was. Das war's schon. Gut. So. Weißt du noch irgendwas? Kommt. Ein bisschen schneller, die keinen hier, ja, ja, ja. Vielleicht könnt ihr auch einen, letztlich, einfach mal hier so... Äh. Ja, so da hängen lassen halt, ne? Wegen gucken, ob die sich von alleine einpflanzen oder nicht. Würde mich hier doch mal interessieren. Aber erstmal gehen wir ein bisschen hier. Monster verdreschen. Wollen wir ein? So. Da drüben machen wir so eine Glatze. Komm mal her. Oh, oh. Hm. Hm. Ich. Alter, guckt euch das an. Da ist einer. Hier ist einer. Oh. Ne. Ey, du. Das ist einfach nicht zu fassen. Komm her. Los. Weh, du Mastmann. Yo. Alter. Hm. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich werde sie auslöschen. Jeden einzelnen von ihnen. Der. Da. Das gab da überhaupt gar keinen Grund zu explodieren. Durch das so an hier. Aber es ist doch nicht so... Hm. Ein natürlicher Krater, ne? Ja. Erwähnt dich schon, wie sehr ich sie hasse. So, jetzt seid ihr alle fällig. So, ich habe eher eine... Komm los. Ja, komm hier. Los. Hm, hm, hm. Hm? Oh, 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 oh. Nein, ist es. So. Ähm. Komm her, pass mal auf. Das gibt kein... Ich wollte schon sagen. Ne. Das gibt kein... So. Es ist gegeben, Alter. Bogen herbei. Jetzt auch den Bogen herbei. Wo ist der Bogen? Äh, Bogen, Bogen, Bogen. Bogen ist hier. Und du kannst weg. So, pass mal auf. Hier. Keiner hinter mir? Nein, 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 nein. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Junge, grinst mich. Genauso. Hehehe. Headshot, Junge. Headshot. So. Da ist noch einer, Junge. Wie die... Komm, ey, du lachen los. In die Klöten. In die Klöten. Oh, die hätte ich nicht mal schießen müssen. Das war jetzt überflüssig. So, waren wir noch einen. Die nehmen uns noch hierfür ein. Bis so einer. Komm, mit der Achse. Mit der Achse, mal. Bam. 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 Oh, eine Karotte davon. Das ist schön. Genau, rote Beete. Rote Beete gibt es jetzt auch. Hey. Das haben wir umhin gebraucht. Rote Beete in Minecraft. So, Skelett, Skelett, komm her. Die verdreschen wir hier mit. Mein Schwert. Oh, guck mal, da drüben sind noch hier ein paar XP. Die müssen wir doch jetzt hier auch mitnehmen. Die kann man ja nicht hier. Alles voller gelber Blumen. Hm, hm, hm. So, wie sieht es aus hier? Ist noch irgendwas mit dabei gekommen? Ja, 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 ja. Ja, nein, vielleicht. Ach, komm, wir lassen keinen hier liegen im Nebensaal. Der Mütze ist auch egal. Ja, wir testen das irgendwann mal. Hm? Oh, oh, jawohl. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hm. Hm. Hi, hi, hi. Du bist ein Bill. Oh. Hi, hi. Bam. Oh, oh. Nein. Nein, nein. Alter. Hm. Ich hasse das. Ich hasse das. Das ist einfach nicht so. Was? Jungs, ich hasse das. Das fängt ja gut an. Junge, ne, da komme ich auch nicht voran, ne, wenn ich die ganze Zeit die Löcher stopfen muss nachher. Oh. Was ist noch mehr los? Hm. Feine. Ist irgendwie ein Creeper hier oder sowas? Ein bisschen aufpassen. Oh, Enderman. Äh, hier ist noch Enderman, ja. Ja, du klaust mir schön die Erde, ne? Das findest du lustig. Alter. Der kommt doch gleich irgendwo her. Und wo kommt er? Hey. Hey, du Lappen, wo bist du? Da ist er. Komm her, los. Ich bin die Kieschein, joe. So. Oh, oh. Oh, doch, ja. Super, klasse. Ja, ja. So, war mal noch ein Creeper. Gibt es noch irgendwas hier? Was Creepiges? Ein, dann haben wir ja zwei Stück, ne? Das war nicht, gar nicht, wo die Überteile herkommen, ne? So, wir haben ja ein Kartoffeln-Hals. Tam, 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 tam. Das war schon. Gott, tam. Hm. Pass mal auf, nochmal hier mal. Hm. Oh, alter. Hm, komm her. Schwierig, ja, ne? So ist der, wenn ich, du bist, wenn ich, du bist, wenn ich, du bist. Nein. Ach, Gott, schon. Was gibt's? Ach, ich hab hier sichere Spenden an, ne? Äh. Äh, komm her. So, gut, du bist dem lieber. Ähm. Ohn, Hase, schön. Ja, ja, super. Äh, toll. Es ist nur, es ist nur, es ist nur, es ist nur. Es ist nicht so, ne? Hier brennt sowieso alle gleich. Schön, wenn die Nachbarschaft da wieder brennt. So, ja. Toll, ne? Hier. Ja, ich rufe das, das kann ich ja nicht, egal. So, in der Wüste, ne? Weiß ich nicht, über die war Teppich drüber oder sowas. Ne, sieht da gar keiner mehr dann. Hm, hm, hm. Sonst muss hier, aber hier war noch irgendwo ein Loch. Nee, doch nicht, ne? Das ist ein Zombie. Eine Spinne. Komm her, du Lappen. Batsch. 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 So. Erde, 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 Erde. Hammer. Zu wenig dabei, ne? So. Wo, wo waren jetzt die Löcher? Wo waren jetzt die Löcher, die sie gemacht haben? Womit ich natürlich nichts zu tun habe, weil ich bin absolut unschuldig. Das war ja nicht ich, das war ja die. Komm her. Wo ergreifst du mich jetzt schon gar nicht mehr, ne? Doch. Ne? Batsch. Ich habe auch. So, dann machen wir mal einen. Komm her. Ne? Da war doch eben einer, oder? Na, da ist einer. Hallo? Hä? Okay, da ist einer. Hm? Ich will jetzt nicht verstehen, ne? Okay. Schalt weg zu sein. Boah, das muss aber nicht da unten sein, ne? Oh. Na, komm her. Ja. Hm, hm.